So, und damit grüße ich dich, sage Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Fieber 18. Äh, Quatsch. Zu Assassin's Creed Origins. Natürlich zurück zu Assassin's Creed Origins. Wie komme ich jetzt hier raus, ey? Ähm, wir sind hier in einem Gebiet, wo wir ja schon mal waren. Äh, äh. Ja, Mann. Hier gibt's genug Fragezeichen. Machen wir hier einen Wegpunkt hinten und wir werden, wenn wir schon mal hier sind, werden wir das gleich machen und wir werden ändern. Jagdbogen brennen bei Treffer. Plus 5, plus 4, plus 7, Alter. Der ist besser als der, willst du mich verarschen? Wollst du mich verarschen hier? So, was haben wir denn hier Feines? Die Kolben natürlich. Ja, wir müssen echt mal wieder hier. Einen Händler aufsuchen. So, was nehmen wir denn jetzt als Reitier? Was nehmen wir denn als Reitier? Was nehmen wir denn als Reitier? Was nehmen wir als Reitier? Diesmal wieder ein Pferdchen. Sollen wir ein Pferd des Pharao nehmen? Äh, oder die Schuhe, die wir in der größten Stärke haben, dann kombinieren wir mal die. Einfach, weil wir es können und monturmäßig Schamane. Persische Legende. So viel haben wir gar nicht. Komm, Persische Legende, wir wissen aus. Persische Legende, Frau. Ja, Mann. Gut, Bad sehen wir sowieso nicht. Wir lassen mal die Klamotten. Ja, sehr cool. Ich freue mich sehr. Halt. Ja, Mann. So, ähm, wir haben hier noch natürlich was. Nichts Fähigkeiten. Oder haben wir jetzt vier Punkte? Okay. Ähm, könnten wir theoretisch auch machen. Wir haben aber hier noch was. Wir können herstellen. Fünf von fünf. Hilfsmitteltasche erhöht. Kennst dich aus. Hilfsmitteltasche erhöht. Ich bin begeistert. Die brauchen wir sieben. Hier brauchen wir zehn. Hier brauchen wir zwanzig. Ich will es mich verarschen, ey. Hier brauchen wir sieben mehr. Wird aber sich noch alles steigern hier. Ähm. Was wollten wir noch? Wir könnten eigentlich Fähigkeiten nochmal machen. Äh, was fehlt uns hier noch? Für zwei. Was ist das? Giftpfeile. Ja, ist alles schön und gut. Pfeilhagel. Der ist nicht verkehrt. Kommt, ich nehme. Den erlernen wir und... ...entführen. Ja, ist alles ganz nett. Schadenschub. Wenn du ein perfektes Aufwärmling ausfällst, hättest du für kurzzeit einen Schadenschub. Das ist nicht verkehrt. Komm, wir nehmen uns mit. Wir nehmen uns mit. Sehr schön. Null Fähigkeiten, Bumpe. Ich bin sehr... Ich bin mehr als begeistert. Hier haben wir nochmal einen Kampfrausch. Tierzämen. Das ist geil. Das ist geil. Tierzämen. Erinnert mich an... Erinnert mich tatsächlich an Far Cry Primal. Konnte ich ja auch Tierchen zählen. So, wir haben natürlich hier... ...Philakis Auftrag. Es fehlen nur noch zwei. Und die sind nämlich in dem einen anderen Gebiet. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Warum? So, wir verlassen Kyrene. Und reisen nun heute... ...in ein neues Gebiet. Ich weiß nicht, wie es heißt gerade, aber... ...werden wir ja gleich... ...herausfinden. Ist jetzt Sonnenaufgang oder Untergang? Untergang, ne? Untergang. So, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Weitere Römer, wie es aussieht. Was ist das hier? Waren wir hier schon mal? Oder sind wir noch... Wir sind hier noch im Dinggebiet. Ach, Gott. Ach, hier seid Zwillinge. Ich sehe leider nichts. Ach, hier bist... ...der Stab ist echt geil, ne? Auf mit dem Streitwagen. Auf mit dem Streitwagen. Marmarika. Marmarika. Neuer Ort entdeckt. Beziehungsweise neue Regionen. Wir gucken mal drauf. Wir gucken mal auf die Karte. Hier haben wir... Hier haben wir... ...Stelle. Oh, fuck. Hier haben wir noch was. Hier haben wir Fragezeichen. Ja, hier kann man doch ein bisschen arbeiten. Aber wenn wir schon mal Fragezeichen haben, dann nehmen wir das hier doch mal gleich. Das ist hier 100 Meter entfernt, sag mal. Oh, die Quest nervt mich hier gerade oder stört mich jetzt doch ein bisschen. Mein Bruder für ein Pferd könnte man theoretisch machen. Ist hier in der Nähe. Ihr kennt die Quest sicherlich. So, wir checken mal ab. Und zwar, Xuffel. Hier geht's nach unten. Okay, scheint hier unerirdisch zu sein. Hey, was? Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. So, ich muss, glaube ich, doch nochmal eine andere Ausrüstung nehmen. Ein bisschen legendärer Leichterbogen. Ist zwar ganz lustig. Mondsichel. Sogar Plus Eins. Der hat Plus Eins. Alter. Verborgenes Gewand. Präzision auf Distanz, weil wir es können. Was ist denn da für ein Auflauf, ey? Hey, was? Nee, war doch nicht so die beste Idee. Deswegen nochmal schön umswitchen. Hades hat Plus Zwei. Trophäenjäger. Höhenmultiplikator. Was soll der mit sehen? Ja, komm. Trophäenjäger. Passt. Aber der hat auch so wenig, ne? Leopardenfell. Ja, wie geil. Und jetzt hier, du Idiot. Junge, Junge, Junge. Erstmal hier aufräumen. Looten, looten, looten. Hast du was gehört? Nee, du. Pass auf, ich will kein Messer im Rücken. Wieso soll sie Ärger geben? Nichts? Tut mir leid, du sprakst. Machino ist da. Die sind. Das ist. der ist jetzt erst mal mit dem beschäftigt so kannst nicht fliehen Ey, der Kappo! Fragleiter! Der Kappo! Let's grüßen! Ey, Kappo! Was ist denn hier los mit der Heier? So, oh! Ey, Banditenschuss! Mahlzeit! Zuerst mal das alles luden hier. Erst mal luden, 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 luden. Und dann hier erst mal in Ruhe mich umgucken. So, wir haben hier was. War aber doch recht viel. Gegner, ne? Muss ich sagen. Habe ich jetzt übersehen. Sehr schön. Leo Badenfell, Belzes. Kommt wieder alles hier wunderbar zusammen. So, luden, luden, luden. Hartes Lede ist natürlich auch nie verkehrt. Ich komm doch nicht dran. Ich komm doch nicht dran. Los geht's. Nein, nein, nein. Alter. So, es tut mir leid. So, grüß Gott, alle. Mal schauen wir her, was die hier für Schätze haben. Du, legst mich fest. So, hier haben wir nichts, aber hier haben wir was. Sehr schön. Dreimal Eisen, Schatz gegründet. 600 EPs. Wunderbar. So, ähm, als nächstes, als nächstes. Komm, als nächstes da rüber. Einfach, weil wir es können. Dazu nehmen wir unseren treuen Begleiter mit. Unsere liebe Stute. So, und dann, ja. Ups. Ups. Stolzieren wir mal über die Weinberge. Ich hoffe, hier ist es nicht mehr so sehr römerlastig. White ist so schickere. Na, ist jetzt dunkel hier. Selbe Idiotin. So, was haben wir hier für eines? Oh, nein. Das war's. Soo, was haben wir, was haben wir? Oh, nein. Ich habe nichts mehr verletzt. Oh, nein. Das war's. Das war's. Das war's. Scheiße. Erstmal natürlich hier die Lage checken. Ich würde hier gerne ja nochmal interagieren. Ich tu euch nix, Freunde. Müssten wir alle haben hier, ne? Luden, Luden, Luden. Ein Jagdbogen, natürlich, sehr schön. Der Hudauerbrunnen, okay. Das ist doch schön hier, das ist doch wunderbar hier. Sehr schön, hätten wir das doch auch. Ah, guck mal einen an, dann können wir hier noch hingehen. Dann könnten wir hier gleich die Quest machen. Ja, geil. Ich bin mehr als begeistert. Ja, die Blähungen, immer die Blähungen, das ist immer das Gleiche. So. Ja, geil, dann machen wir dann, ich denke mal in der morgigen Folge machen wir dann die Quest weiter, ne? Ich freue mich schon. So, was? Mein Bruder, Verfindung, Berge, die Requisierung, was? Was ist das für ein Kaff? Wir gucken uns erstmal natürlich um. Schatzblüh und dann alles nur. Ja, hier wird Kleidung gefärbt, Freunde der Sonne. Schön, ne? Mehr habt ihr hier nicht? Hier sollte ich vorsichtig sein. Ach Gott. Ihr seid nicht meine Liga, Freunde. Das ist trotzdem schön. So, wir plundern mal. Sehr schön. Doppelschwerter, Schatz geplündert, haben wir geschafft. Färbemittelwerkstatt in Eritron. Ort beendet, willst du mich verarschen? Das ist doch noch nicht beendet hier. Wie haben wir noch... Nein, natürlich ist es hier noch nicht beendet. Ach, ist das schön hier, ne? Fällt mir hier so, jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Wir rufen den Vogel der Gleichgültigkeit, so. Da ist ein Träumler. Es ist ein Träumler. So, Bearbeitungsmodus. Wir sind hier, glaube ich, doch zu... Falscher Knopf schon wieder. So, gibt's hier irgendwie was Hübsches, was Feines? Na, das hat auch mal schöne greile, äh, gesunde Gesichtsfarbe hier. Nehmen wir doch gleich mal mit. Träumler. Träumler. So, wir sind hier natürlich noch nicht ganz... Färbemittelwerkstatt. Ah, guck mal her. Desios, sei vorsichtig, wie du die Schnecken behandelst. Denn datyrische Purpur ist für die Römer von großem Wert. Sie verwenden es zur Herstellung ihrer zeremoniellen Gewänder. Daher können wir es mit großem Gewinn verkaufen. Von den größeren Schnecken wird es gewonnen, nachdem die Schale entfernt wurde. Doch die kleineren müssen mit der Schale zerstoßen werden. Oder auf ihm sieht das purpurne Sekret absondern. Viel Glück, mein Freund. Ich werde in zwei Tagen von den Festspielen zurück sein. Na, lecker! Obwohl, wir können hier sicherlich noch... Nein, ich will mir nichts beschreien hier. Aber... Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es gerade selber nicht. So... Ja, Mann, träumle, träumle! Wir switchen mal rum. Könnte aber sein, dass wir hier doch wieder... Ja. Das nehmen wir, das passt so. Ah, schön! Es ist so schön, es sieht immer so schön aus. Mit diesem Fokus, ich liebe das. Leider muss ich es natürlich immer im Let's Play machen. Da ich ja nicht mehr renne, damit die Qualität dann doch noch ein bisschen erhöht bleibt. Wenn ich doch renne, dann wird die Qualität natürlich dann immer ein bisschen schlechter noch. Heute ist das Schickere. So, wir können hier verkaufen. Das ist sehr schön. Hallo, gute Frau. Natürlich! Dich zum Beispiel. Ähm, Diadem, Blunder, Pinsel. Wir können mal das ganze Glump verkaufen. Ui, da kommt einiges zusammen. Jetzt haben wir 50.000. Ähm, was kann man kaufen? Marodeur des Roten Meers. Kennst du dich aus? Ja, ich finde es auch hervorragend, finde ich das. Auf bald. Ade. So kann natürlich sein, dass wir jetzt doch... Ich möchte natürlich alles zeigen hier noch. Ah. Ja, wir werden versuchen, alle Klamotten hier... Ah, schöne Hundehütten, ne? Es ist herrlich. So, ähm... Ja, mehr haben wir, wie es aussieht, jetzt nicht mehr hier. Könnten hier noch... Könnten hier nochmal gucken. Und wir hier noch was finden, aber... Ja. Es sieht dann doch alles sehr, sehr übersichtlich aus. Und deswegen gehen wir dann... Morgen dann über, liebe Freunde. In diesem Sinne... Äh... Ja. Euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann wieder morgen. Bei... Genau. Wir sehen uns dann wieder morgen bei Assassin's Creed Origins. Ich werde hier nochmal... Hier eine schöne Pause machen irgendwo. Genau, hier ist der Weg. Und hier machen wir dann auch eine Pause. In diesem Sinne macht's gut. Bye, bye. Und bis morgen. Ciao. 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 Ciao.